Willkommen Freunde, es ist wieder soweit. Ja, hier sind die Krypto-News für euch täglich zusammengefasst. Ihr wisst immer, jeden Tag, 19 Uhr, live die Krypto-News. Da fasse ich für euch zusammen, was geht so ab am ganzen Kryptomarkt. Das gibt es natürlich täglich und gleich danach, immer um 19.30 Uhr, auch live. Das große oder die große Price-Vorschau, die große Analyse von den Coins, was geht so ab bei Bitcoin und Co., Kryptowährungen und all das jeden Tag. Aber, was soll ich hier gerade rumpalabern? Wir starten gleich mal los mit der ganzen Geschichte, denn, ihr habt es schon erfasst, auch heute gibt es wieder so einiges. Also, aller, aller, aller erstes Thema, Leute. Bitcoin, es ist beängstigend. Bearische Signale sind hier. Stürzt das Krypto-Kartenhaus in sich zusammen? Da gebt ihr mir vielleicht mal ein, zwei Daumen nach unten dafür. Das kann durchaus passieren, aber das ist es mir wert. Ich bringe euch ja nicht nur positive Artikel, nein, ich bringe euch auch negative Artikel, denn ihr sollt euch selbst darüber ein Bild machen, was am Kryptomarkt so abgeht. Und genau deshalb checken wir auch heute, was ist denn hier los? Was ist nur los in der Kryptobranche? Gibt es Kursmanipulationen? Droht das Kartenhaus zusammenzubrechen? Wir schauen uns das mal genauer an, guter Artikel hier, weil es einfach auch mal darum geht, mal die andere Seite zu beachten. Wir wollen nicht wissen jetzt, ob Bitcoin ein gutes Investment ist oder nicht. Das vergessen wir gleich mal. Aber es geht jetzt weiter. Bitcoin, die große Frage ist nämlich, ist alles nur manipuliert? Kryptoanalyst Benjamin Cohen, liebe Grüße an den Benjamin, beispielsweise mahnt in einer neuen Bitcoin-Prognose. Er sagt, Achtung, Bitcoin befinde sich in einer ähnlichen Situation wie Anfang 2020. Da habe die Kryptowährung ebenfalls rezessionsähnliche Bedingungen erlebt. War nur vorübergehend, sagt er, aber ausreichend, um Bitcoin von 10.500 Dollar auf die 3.800 abstürzen zu lassen. Auch damals hätten vorab viele Leute vom Beginn eines neuen Bullenmarktes gesprochen, nur um dann vom Gegenteil überrascht zu werden. Das schauen wir uns mal ganz kurz an. Wir gehen gleich mal direkt rein in den Bitcoin-Chart. Und zwar sind wir auch schon da. Wir wollen das mal ganz kurz hier mal hinterfragen, was er so sagt. Und zwar gab es hier Anfang 2020 folgende Situation bei Bitcoin. Ihr seht hier, wir gingen hier runter mit dem Dreieck und wir gingen auch hier runter und hatten hier so einen parallelen Kanal nach unten. Hier sind wir dann nach oben ausgebrochen und hier war die allgemeine Stimmung die, jawohl, das war es jetzt mit dem Boden. Hier war die Bodenfindung. Wir hatten einen doppelten Boden, Double Bottom nennt sich das. Und wunderbar nach dem abfallenden parallelen Kanal sind wir dann hier super nach oben ausgebrochen. Wir hatten einen perfekten Retest hier auch noch und dann super nach oben ausgebrochen. Wir sind hier insgesamt nach oben ausgebrochen mit insgesamt 25 Prozent, bevor Achtung dann die böse Klatsche nach unten kam. Also wir merkten uns 25 Prozent nach oben ausgebrochen und danach kam die Klatsche nach unten. Und zwar eigentlich, wenn wir sagen von oben weg hier nach unten mit insgesamt so circa 64 Prozent. Tja, wenn wir jetzt genau dieses Beispiel hernehmen, was hier so 2020 passiert ist. Ich weiß, heute mal ein bisschen entgegen der Kryptonews, aber ich muss auch das mal ein bisschen untermauern, was ich euch hier zeige. Also 2020 und jetzt haben wir natürlich eine ganz andere Situation. Aber was passiert hier gerade? Achtung, wir gehen hier runter mit einem parallelen Kanal nach unten. Den kann man jetzt zeichnen, wie man möchte. Aber ich mache es einfach mal so. Ich könnte natürlich auch so hochziehen. Ist jetzt aber nicht ganz so wichtig. Das ist eigentlich genau perfekt so. So, also paralleler Kanal nach unten. Das habe ich mir gemacht. Das ist eigentlich ein kompletter Schwachsinn. Eigentlich schaut die ganze Situation so aus. Von dem Punkt nach dem Punkt nach unten nach dem Punkt. Wir wollen es schon richtig machen. Also, was ist jetzt passiert? Im Vergleich jetzt zu 2020. Hier paralleler Kanal nach unten. Wir sind ausgebrochen nach oben. Noch nicht bestätigt ausgebrochen. Ja, momentan nicht. Aber ausgebrochen nach oben. Was sehen wir im Vergleich zu 2020? Wir hatten hier einen Boden. Wir hatten hier einen doppelten Boden. Und sind danach schön nach oben ausgebrochen. Also ja, Situation ähnlich. Wenn wir jetzt die 25% nach oben bei dem Ausbruch hernehmen. Schauen wir mal, wo sind sie? So circa hier 25% nach oben. Dann würden wir hier in etwa raufkommen auf 27.500. Dann würden wir von dort mit circa 65% abstürzen. Wir machen es einfach mal so, weil wir es können. Mit 65% nach unten. Das wäre in etwa, darf ich das so irgendwie? 65% nach unten. Das wäre jetzt ein Absturz auf in etwa 9.500. Also hier, Situation nach oben. Vielleicht ein Retest. Dann nach oben und bam, der Absturz nach unten. Hat er nicht Unrecht. Könnte durchaus sein. Sahen wir auch schon 2020 hier so in der Art und Weise. Wenn wir uns die Prozente hier so aufzeichnen. Könnte das Ganze genauso auch wirklich passieren. Also nochmal zurück zu unserem Artikel. Er sagt, der Absturz war zwar nur vorübergehend. Ja, aber ausreichend, um Bitcoin eben von 10.500 auf 3.800 Dollar abstürzen zu lassen. Auch damals hätten vorab viele Leute vom Beginn eines neuen Bullmarktes gesprochen, nur um dann vom Gegenteil überrascht zu werden. Okay, haben wir mal gespeichert. Damit nicht genug natürlich, da gibt es noch mehr. Aber zeitgleich mit den bearischen Bitcoin-Prognosen werden nun auch Vorwürfe laut, die jüngste Rallye sei lediglich ein Fake. Also ein künstlich erzeugter Bullrun. Die Kursexplosion von 16.500 auf die 21.000, jetzt sind wir schon bei 23.000, das Wiederaufleben der Märkte nur manipuliert. Und das glaubt beispielsweise der pseudonyme Trader Jay. Also, lieber Jay, er sagt hier, der gesamte Pump sei ausschließlich durch Binance USD, also BUSD angetrieben. So der Branchenbeobachter. Das sehe beängstigend aus, sagt er. Drop Trader Bleeding Crypto stimmt auch zu und sagte, ich habe eine Menge Daten aus verschiedenen Quellen gefunden, die das Gleiche zeigen. Die Daten lügen nicht, sagt er, stehen die Kryptomärkte also erneut vor einer Kernschmelze, also vor einer Korrektur, die Bitcoin und Co. auf neue Tiefstände schickt. Und das glauben auch viele Leute. Und da bin ich auch einer davon, der sagt, Achtung Leute, Achtung, ich will nicht pessimistisch sein oder optimistisch sein. Ich will nur das sehen, was auch wirklich da ist. Es ist eine Marktanalyse, es ist eine technische Analyse und wir haben makroökonomische Faktoren. Und das schaut eigentlich momentan von den makroökonomischen Faktoren nicht gut aus. Ukraine spitzt sich immer weiter zu, die FED und, und, und. Wir haben Probleme. Also Achtung, Bitcoin-Absturz auf 12.000 Dollar möglich. Davon überzeugt sich, zeigt sich der Analyst und Swing Trader Crypto Kappel. Auch schon öfter davon gesprochen von ihm, liebe Grüße. Seit Wochen wiederholt er unbeirrt seine bärische These. Er sagt, die aktuelle Bitcoin-Rallye sei die größte Bullenfalle, die er je gesehen habe. Eindeutig manipuliert, ohne echte Nachfrage. Und er lasse sich nicht täuschen, so sein Fazit. Der Absturz auf 12.000 Dollar sei immer noch im Rahmen des Möglichen. Eine mutige Haltung, für die der Chart-Experte angesichts der allseits optimistischen Stimmung auf den Märkten reichlich Spott und Häme einstecken musste. Zu Recht, das dürften die nächsten Tage zeigen. Also, wenn man nicht von dem sprechen darf, ohne mal den Daumen nach unten zu riskieren, was man so im Kopf hat, was man so durch die Recherche rausfindet, wo man seine Ängste hat, dann ist sowieso alles hier irgendwie verloren. Und genau deswegen bringe ich auch diesen Artikel. Man muss auch mal das bringen dürfen, ohne sich jetzt mal hier großartige Häme einzufangen. Meiner Meinung nach. Super Artikel, finde ich sehr gerechtfertigt und kommt deswegen auch hier bei mir vor. So, wir kommen natürlich wieder zu etwas Positiven. Auch klar, Crypto Boom JetGPT. Haben sicher schon alle von euch gehört. Der sorgt nämlich für Gewinne von bis zu 300%. Wie kann das sein? Und zwar, zu den größten Gewinnern gehören momentan Fetch.ai und Singularity NetAgex, deren Tokenpreise seit dem Start von JetGPT Ende November um mehr als 300% gestiegen sind. Beide haben in diesem Monat Gewinne von 190 bzw. Achtung, 266% zu verbuchen. Auch hier Ocean Protocol, auch hier Cortex, auch hier Ailis und, und, und. Doch nicht nur die Einführung von JetGPT löst eine Rallye bei diesen Token aus, sondern auch die allgemeine positive Dynamik auf den Kryptomarkt, obwohl es keine makroökonomischen Faktoren dafür gibt, Leute. Seit Ende der ersten Januarwoche. Ja, also, die große Geschichte nach dem Absturz des Kryptosektors in den letzten Monaten suchen viele nach einem sicheren Weg, um in dieser Branche zu handeln und zu investieren. Und genau das ist es, was eben die künstliche Intelligenz ins Spiel bringt. Schnellere Betrugserkennung, Risikoschutz und autonome Handlungsmöglichkeiten. So heißt es auf tradingbrowser.com. Und diese Coins sind momentan wirklich gut nach oben gegangen. Dann 85% Durchfallquote bei Kryptofirmen. Die Regulierungsbehörde schlägt Alarm. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ganz kurz zusammengefasst, die Financial Conduct Authority, kurz FCA, veröffentlichte einen Bericht, aus dem hervorgeht, wie groß die Missstände im Kryptosektor wirklich sind. Die Behörde musste 85% der Anträge auf die Erteilung einer Lizenz ablehnen, denn die Firmen, die gerne mit diesem FCA-Güttesiegel auf dem britischen Markt um Kunden werben wollten, waren noch nicht einmal in der Lage, die Mindeststandards zu erfüllen. So, ich bring's nochmal ganz kurz, um auch wieder mal auf das hinzuweisen. Wir haben hier nach wie vor bei den Kryptofirmen böse Schafe, schwarze Schafe, nicht nur böse Schafe. Und Achtung, Achtung, aufpassen. Dann Bitcoin auf dem Weg zum gesetzlichen Zahlungsmittel in Arizona. Das finde ich wieder super. Nur mal so ganz kurz am Rande gesagt. Dann Leute, Achtung, was ist hier los, der tropfende Wasserhahn? Er sagt uns, Achtung, Kryptobanken in Schieflage. Wie gefährlich ist die Situation? Um was geht's hier? Zwei für den Kryptosektor wichtige Banken. Silvergate Capital und die Signature Bank sind in Schieflage geraten. Warum ist so gefährlich das Ganze? Und was im Ernstfall passieren könnte, das können wir hier kurz nachlesen in diesem Artikel. Ich möchte aber auch nicht zu viel drauf eingehen. Aber wir haben momentan schon ein Problem. Und zwar muss man sagen, kurzes Fazit, dass es zu einem regelrechten Zusammenbruch der Kryptobanken kommt, beziehungsweise, dass diese nicht mehr ihre wichtigen Bankendienstleistungen für Kryptounternehmen anbieten können, ist unwahrscheinlich. Puh, durchatmen. So streng die Behörden gegenüber Krypto auch eingestellt sein mögen, es ist nicht in deren Interesse, dass die USA in internationaler Hinterreffen geraten. Ach, was ich wieder hier halte. Also, kontrollieren anstatt verbieten, lautet die US-Devise, wie sie größtenteils auch in Europa gefordert wird. Und zumal traditionelle Banken die Schwäche der Kryptoindustrie und bestehenden Kryptobankanbieter auch ausnutzen könnten, schließlich sind die Margen im Kryptosektor sehr hoch und nicht jede Bank ist per se gegen Kryptowährungen, muss man auch sagen. Sobald sich das schlechte Image der Branche etwas erholt hat und es wieder salonfähiger geworden ist, mit Kryptowährungen zu hantieren und wenn es nur durch die Tokenisierung von Real-World-Assets ist, dürften sich weitere Banken wieder für die Kryptoindustrie öffnen und das wäre dann wieder positiv. Also, so viel dazu. Wir gehen weiter. Das kennen jetzt auch schon viele. Warum? Weil es täglich hier bei den Top Coins zu sehen ist. Es geht hier um Tether Fuel. Kursausbruch sorgt für 21% Anstieg gegen Norden. Achtung, der Coin geht gut ab momentan. Warum? Wieso? Wishalb? Der Kurs von Tether Fuel steigt in den letzten 24 Handelstunden spürbar an. Damit scheint die Kurskorrektur vorerst beendet. Zwischenzeitlich hatte das Kurs plus sogar 62% betragen und der T-Fuel-Kurs bis an 0,08, also die 8 Cent, raufgehievt. Also, Anleger könnten auch charttechnische Sicht versuchen, hier den Retrace der heutigen Kurs-Explosion prozyklisch für einen Long-Einstieg für sich zu nutzen. Kurs und Achtung, sehr interessant, kann sich T-Fuel-Kurs in den kommenden Tagen oberhalb der 6 Cent stabilisieren, ist ein erneuter Kursanstieg in die Zone bei 8 Cent vorstellbar. Also, alle, die nicht in den Kurs drinnen sind, hier könnte man nochmal einsteigen, wenn er runter geht, auf 6 stabilisieren und Bäm nochmal hoch auf die 8 Cent. Da ist natürlich was zum Mitnehmen. Dann, Cardano-Kurs-Prognose. 50.000 neue Wallets. ADA explodiert. Nur der Preis geht nicht so nach oben. Wann folgt der Preis? Das schauen wir uns heute an im zweiten Video. Da gibt es die große Preisvorschau. Und da werden wir natürlich ADA, Cardano ein bisschen genauer überprüfen. Also, starten wir ins Nächste. Und das ist jetzt das hier. Die Bullen verlieren die Kontrolle. Major Tom, we have a problem. Das schauen wir uns natürlich auch genauer später an hier im zweiten Video. Was geht denn bei Bitcoin so ab? Und wir kommen auch schon hier rein zum Market Overview für heute. Und da sehen wir schon, uh, Market Cap geht wieder ein bisschen runter, minus 1,5 Prozent. Aber wir sind nach wie vor über den wichtigen Support bei einer Billion. Was ist hier los? Die Bitcoin-Dominanz steigt. Also, Altcoins verlieren ein bisschen mehr als Bitcoin, denn der Bitcoin geht mit 0,42 Prozent nach oben. Und was wissen wir noch? Oder wollen wir eigentlich noch wissen? Natürlich, den Coin des Tages. Und das ist, ladies and gentlemen, CFX, Conflux Network. Das ist der Flux-Kompensator für alle, die ein bisschen älter sind wie ich und weißes Haar schon bekommen. Die wissen, was ein Flux-Kompensator ist. All die anderen können es mal googeln. Conflux Network geht nach oben mit 133 Prozent. Gefolgt dann von Phantom, der auch gut abgeht mit 14 Prozent. Dann Injective Protocol mit 13 Prozent. Und Flux geht auch hier nach oben mit 11,3 Prozent. Dann haben wir hier noch Platz 5. Gratulation an alle, die Matic gerade hier mit langen. Denn da gibt es einiges zu sagen bei der Preisvorschau. Gestern habe ich es schon gebracht. Achtung, Matic. Und ja, es geht ab die Post. Also, was haben wir hier bei den Top Losern? Magic. Nicht Matic, sondern Magic geht runter mit 11,7 Prozent. Optimism geht runter. SSV Network. Green Matters Token. Und der Lido ist auch wieder mal mit dabei bei den Top 5 Losern. Leute, das war die schnelle Krypto-Überblicksgeschichte für euch hier. Wie jeden Tag die Krypto-News zusammengefasst. und heute mal ein bisschen pessimistischer. Heute mal mit einer Meldung hier, wie Bitcoin beängstigt. Bearische Signale stürzt das Krypto-Haus zusammen. Also, was haltet ihr davon von diesem Artikel? Ist das Panikmache oder hat es durchaus eine Berechtigung? Lasst es mich wissen. Schreibt es in die Kommentare. Würde mich darüber freuen. Ansonsten war es das für heute. Macht es gut. All das ist keine finanzielle Beratung. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute. Nicht vergessen, zweites Video. Die große Krypto-Preis-Vorschau. Also dranbleiben. Tschüss und ciao, Leute. Euer Biti. Euer Bitcoin Trading Infobank. Ciao, Leute.